Hallo und willkommen zu den Sport- und Spieltipps der Sportjugend Rheinland. Heute habe ich Hockey mit einem Pfannenwender für euch vorbereitet. Dafür braucht ihr natürlich einen Pfannenwender und etwas Alufolie. Denn ich habe aus Alufolie zwei solche kleine Tore gebastelt, wo ich dann später meinen Ball, der ebenfalls aus Alufolie ist, durchschießen kann. Zu Beginn stellt ihr eure Tore beliebig auf. Dann legt ihr den Ball an eine geeignete Stelle und könnt anfangen mit eurem Pfannenwender den Ball durch die Tore zu schlagen. Wenn ihr das zu zweit spielen wollt, könnt ihr euch natürlich auch größere Tore basteln und dann richtig Hockey spielen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.